einen wunderschönen was auch immer musikarbeiter ist wieder unterwegs ausgelöst von diesem buch heute zur veröffentlichung dieser episode oder dieses revue jens dieser revue in revue ist auch ein neuer august in erschienen die nummer 152 da werden wir gleich bezug darauf nehmen da unten gibt es dann auch immer schriftliche informationen und diverse links zu den dingen die behandelt werden ich möchte mit einem wunderschönen satz von heimito von todera beginnen nämlich wirklichkeit aber ist das was im leben wirklich wirkt nur mehr wirklichkeit aber ist das was im leben wirklich wirkt heimito von todera die dämonen großartiger roman ich nehme jetzt auch die maske ab die maske hat nicht deswegen auf weil mich ja diese verschwörungs mystiker extrem werfen diese ganze esofrond diese querdenkerinnen die sollen bitte die straße queren und irgendwo sich vernunft und hirn holen das ist eine rechte geschichte durch und durch wer fahnen zerreißt und mit nazis geht isa nazis scheiß drauf also das braucht man immer ausdifferenziert und es geht nicht darum mit rechten zu reden sondern wir müssen reden wir müssen reden und dann muss ganz klar sein dass diese esoterische kacke einfach nur mehr dazu beitragen dass alles relativiert wird und damit man sich falsch versteht gleichzeitig gehört natürlich alles was um diesen virus politisch und gesellschaftlich geschieht reflektiert und diskutiert aber in einer tauglichen form und nicht auf dieser spurblorinenebene so musik arbeiten unterwegs das heißt es geht um die heilende kraft der musik und die einende oder auch differenzierende kraft der musik es ist noch immer so dass ich wahnsinnig viel musik geschenkt bekomme das heißt ich werde bemustert ich habe zwar keine outlets oder nur ein sehr beschränktes outlets eben den augustin wo ich alle zwei wochen über musik schreibe und auch gelegentlich das ochs da sind es aber eher hardcore und punk rock themen klarerweise ja und dann gelegentliche ankündigungstexte die ich halt mache ich möchte mich noch mal bei musikern und lebens bedanken die es dennoch sinnvoll finden mich zu bemustern ja und ich möchte ein bisschen diese musik dann auch reflektieren beginnen wir mit blut blut und dem schönen album andenborsten bürteltier blutblut sind mark holup am schlagzeug bei melias dikney an der emin chris janka an der gitarre und wie dieses instrumentarium vielleicht nahe liegt steckt hinter diesem schönen wirklich schönen cover eine sagen wir mal experimentelle oder sehr freie musik wobei ich aus meiner perspektive sagen muss ich habe jetzt ein eineinhalb stunden zwei stunden nicht durch diese musik durchgehört dass mit des eigentlich am meisten anspricht oder musik nicht gleich sozusagen kategorisierbar ist und sie im idealfall auch instrumental ist dann steht kurioserweise der text nicht meinem zugang zur musik im weg waren musik und text hat dann reflektiere in der regel als erstes den text nicht durchgehen wie gesagt aber blutblut machen etwas wirklich wunderschönes in diesem drei instrumentarium da gibt es dann ein stück das ist das vierte da geht es wirklich schön auf und man kann sie da richtig verlieren sie denken was denken sie die dabei was will das sein was tut das mit einem server man hat doch viel platz es sind auch vier live stücke aus japan draußen die auch zeigen dass diese musik herumkommt und ich glaube das ist herumkommen das ausgehen auch wenn das in dieser welt jetzt einmal eine zeit lang vielleicht kompliziert ist es ja vielleicht auch sehr wichtig also schwere empfehlen für jeden der seine musik mit ein bisschen abenteuer mag blutblut anden borsten gürtel bier auf placklich nicht erschienen da unten gibt es noch diverse schriftliche informationen informationen dazu vom augustin der ja quasi die heimstätte dieses musikarbeiter unterwegs buches auch ist wo ja eben die artikeln erscheinen veröffentlicht heute das ist der mittwoch der 9 september die ausgabe 152 und da ist ein text zu einem album drin dass mich sehr 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 nachhaltig beschäftigt noch immer dass ich sehr sehr gut finde und sehr empfehlenswert ich habe es nicht physikalisch sondern nur elektronisch und die rede ist von gra und simons bei mego erschienen simons der titel sagt schon eine kombination aus see und monster das gibt uns vielleicht schon eine inhaltliche idee mehr dass er aber wirklich auf den augustin verwiesen und auch wenn es eine fordernde eine tatsächlich fordernde akustische lektüre ist ein wirklich lohnenswertes spannendes album wo viel drin steckt und wo man viel auszuholen kann vielleicht dafür eine tun kann gra simons ganz 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 schwere empfehlung elias noah what do you desire auf las vegas records erschienen elias noah sind ein duo also keine einzelkünstlerin wunderbare sängerin elisa godino die stimme finde ich sehr sehr gut die musik ist ein bisschen schwierig für wir das jetzt musik ist auch wenn ich oft musik suche die weit weg ist von meinen hörgewohnheiten und diese form von r&p schmutzend halb tanzbaren sound sie selber sagen auch future soul ist jetzt tatsächlich nicht ganz meines mir fehlen auch die kategorien eigentlich diese qualität eine allfällige produktionsqualität zu beurteilen das interessiert mir als ja das ist eher so wie er was in der mathematische spiel das oder ja sehr nerdig wahrscheinlich wie man über produktionen reden kann so weiter was mich schon anspricht ist der inhalt dieser musik weil das album eröffnet mit der schönen frage hau das ist viel to be afraid das ist schon eine tolle frage und es scheint so eine ein tanz mit der muse ein inhaltlicher zu sein das heißt man zuerst sagt ob das mir musik näher erreicht die keine texte hat ist es dann da so dass mit der inhalt schon eine bezüglich der bislang dass sie aber eigentlich diese balance von form und inhalt nicht anbringen also mir erklärt sich nicht ganz warum man solche fragen mit so einer musik erörtert was aber jetzt gar kritik ist sondern das handelt von mir also für sich ist das wahrscheinlich sehr stimmig und wenn die eigenen hörgewohnheiten und prägungen zu sein dass man mit so etwas anfangen kann dann wird man da sicher gut bedient was sie nicht her ist sozusagen das alleinstellungsmerkmal das was mir wirklich so zu sagen wo man denkt okay das ist nicht meins aber ich sieg da was also das sagen am ehesten diese fragen die stimme und vielleicht und wahrscheinlich der inhalt ähnlich geht es mir mit den gebürzterminen die gebürzterminen haben ein album veröffentlicht das heißt ein bisschen übertrieben die gebürzterminer sind wie wir hier im schönen fold out 10 eine tatsächliche big band also da wird ganz schön viel geblasen und gespielt und getrommelt und gesungen und das eröffnet mit einem lied das heißt sweet sweet gypsy jazz gypsy jazz ist also begriff da können wir schon ein bisschen drüber reden wenn wir das wollen und sie haben im weitesten sinne so ein bisschen einen kabarettistischen kleinkünstlerischen ansatz in den texten und damit tue ich mir nicht weil ich so spaßbremsen bin aber in der regel auch schwer also ich glaube schon das humor zu musik gehört dass aber wir in österreich mit dieser kleinkunst und kabarettraditionen eh schon ein echtes problem haben das heißt ich tue mir eigentlich bei tonträgern kurioserweise live funktioniert das für mich oft auch bei den gebürzterminen die dürfte ich schon ein oder zweimal anmoderieren durchaus also das ist schon sehr vergnügliche musik war man sich so mag es wird dann ein bisschen hip hoppig die texte sind halt ein bisschen so ironisch ironisierend fragestellend es gibt eine ode ans verlieben oder ein lied das heißt ich liebe dich wegen eines körpers gleichzeitig merkt man schon dass da ein wacher geist am werken ist alle das things are not always what they seem das kann man ja immer sagen also im zweifelsfalle bitte selber aufsuchen die gewürztraminer ich glaube wenn man so getunt ist dann kann einer das recht gut unterhalten eine andere form der unterhaltung vielleicht ähnlich wie blub und mir am nächsten oder wie das gra album lukas lauermann in das zweite solo album dieses viel spielenden cellisten mit 19 kompositionen es ist tatsächlich nur cello oft auch elektronisch verfremdet speziell aufgenommen und so weiter weil der lukas ist sehr kreativer mensch ist und er schreibt etwas was ich sehr super finden wir haben sozusagen ein programm mitgibt und sowas finde ich immer im brechtschen sinne gar nicht so schlecht nämlich wo haben wir es da da ist dieser schöne satz in den credits sucht vollständigkeit im kleinstmöglichen und deswegen die spannend während es sozusagen auch das gefühl gibt man kann ihn dabei begleiten als hörer oder hörerin bei ihm wenn man mitsucht und vielleicht findet man für sich selber was anderes als er und das macht das album sehr sehr spannend und ähnliche blut blut wahrscheinlich etwas was ich mir dann tatsächlich auflege weil ähnlich wie beim fortgehen möchte man ja auch ohne dass ich dort gehe wo ich nur nicht war das waren dann bislang diese beiden alben pippa das ist das zweite album mit dem schönen titel idioten paradies hier ist es dann hier wieder deutsch gesungen nicht dialekt sondern eigentlich so ein fast klassisches neo wiener deutsch weil wir ja viel auch deutschsprachige zuwanderung haben gibt es ja dann auch schon mittlerweile hochdeutsch neben diesen oder oder minor hochdeutsch oder wie auch immer neben diesem dialekt der uns ja auch in vieler form begegnet und ja da erreichen mich auch viele sätze musikalisch ist es sozusagen wenn elias nur sozusagen der future soul oder das down tempo mäßige oder so ein bisschen geht es dafür mir in eine poppige richtung mit ähnlichen stilmitteln zum teil aber ein bisserl forscher ein bisserl offener erreicht mich sozusagen ein bisserl unmittelbarer ist auch nicht ganz meins er hat aber inhaltlich natürlich sehr schöne angebote das erste stück heißt dystopia dann gibt es ein lied das heißt nur akami schläft nie oder meine traurigkeit ein inhaltlich sehr interessantes lied oder tagadar über dieses vergnügungspark ding auch nicht unschön mit neuschnee aufgenommen und in dem stück egal gibt es noch sehr schöne zeilen die einer hip hop nora masu heißt die wohl die wurstigkeit hat sich mit ihnen einer verpackung kaut und nuss schnapps gekauft wenn ich das richtig verstanden habe und die hoffnung bleibt zuletzt bis sie wer fickt das übernehme ich finde ich auch schön vor allem in tagen von diesem wahnsinn den wir jetzt alle gerade erleben auch wenn sich der jetzt so bemüht so zu tun als wäre eh alles wieder normal soweit pippa dann haben wir sarah bernhard sarah bernhard ditte das ist wiederum kein einzelkünstler sondern ein trio um den bernhard scheibebauer sarah metzler und sie getoren also bernhard scheibebauer sarah metzler und sie getoren dieselben drei menschen spielen dann auch als band von der secret horn die ja auch großartige alben macht und hier geht es aber um die texte und lieder von bernhard und bernhard schreibt dann im dialekt recht schöne stücke eigentlich wobei die heute fragen verhandeln wie soll das jetzt sagen im textbuch steht dann hinten zu den fotos als credit quasi ist wo ist es jetzt dass die fotos von diverse eltern sind das heißt es geht glaube ich durchaus um eine nachwirkende oder nachheilende vermessung der kindheit und der jugend und gleichzeitig also erörterungen sind fragen ja die er wird gerne also so fast der kernstücke sind die nummer fünf und die sechs der oben und bugenträume und da kann ich schon was anfangen damit fühle mich aber gleichzeitig ein bisserl weit weg oder oder eigentlich woanders das erwischt mich halt nicht mehr also ich glaube wenn man unmittelbarer in dem leben drinnen ist erwischt dann dieser mehr und sagt dann dieser mehr wobei andererseits die formulierungen in so einem dialekt der nicht sagt ich bin authentisch wienerisch oder niederösterreichisch oder sonst irgendwas sondern sehr nah an dem wie bernhard das offensichtlich singen und schreiben will die musik hat dann er spielt ukulele banjo es gibt eine hacken harfe hacken harfe hast es ja genau hatten harfe die spielte sarah ist es sehr erfrischend und hat einen sehr eigenen ton vor dem man glaube so noch nicht so viel kennt und er wie alle diese alben von die hat die rede es verdient es natürlich viel mehr auseinandersetzung aber wenn das verlockend klingt für sie so eine individuelle dialekt musik die auch was die auch was verhandeln will dann suchen sie das doch auf sehr schön habe jetzt dann immer noch kommt normal im textball montags flüchtig ist ich glaube es heißt montags flüchtig was eigentlich aber geschrieben ist das montag und das finde ich schon schön so wie dort für schöne details an also auch das wird man werde ich noch einmal auflegen und mehr auflegen und dann noch mal dem näher zu kommen ja dann gehen wir eigentlich schon in die zielgerade ja ein definitives highlight bernhard schnur wollte dieses album das heißt der return of the piece wollte er eigentlich schon im märz releasen aber wir wissen was dann passiert ist jetzt kommt es tatsächlich bernhard schnur vielleicht ein begriff war bei snarker to dance gemacht schon seit jahren jahrzehnten großartige großartige solomusik und ist eigentlich mit dem plan ausgesuchte stücke noch mal in sehr puristischen versionen aufzunehmen nach irland gereist und hat mit kieran kennedy einen langjährigen freund commitments und so das aufnehmer wollen der hat aber gesagt das gehört produziert und der bernhard hat sich auf das einlassen und das heißt jetzt ist es sozusagen eine art kreatives tipps oder substanziellste songs in neuen kleidern und diese übung ist extrem extrem gut gelungen bernhard schnur der return of the piece ganz ganz große empfehlung erscheint jetzt im september wird am 26 september im steiner da gibt es steiner steinergasse 9 karl heißt es präsentiert es gelingt da tatsächlich so was wie melancholische tanzstücke auf diesem album es gibt der wunderschöne version von freedom motherless child von richie heavens wo man sieht wo der bernhard politisch weltanschaulich steht aber das ist ecco bernhard schnur der return of the piece ganz große empfehlung ja und jetzt wird es natürlich speziell ich habe mir auch eine single gekauft also ich kaufe mir dann auch noch musik soll sein wenn man das nicht sieht die dann dieses ding aber soll sein die ship und madeleine seit zwei stücke man kriegt dann auch noch einen download code für ein drittes das heißt gar nicht oder so wann man das jetzt richtig gemerkt hat alle drei großartig soll seit haben ja um längst nach 30 jahren noch einmal getourt und auf disco und das das kopf lebt in wien also das ist jetzt sozusagen die erste disco single die aus wien kommt und das kreit natürlich einen neuen bank trottel mich sehr noch merkwürdig war dass das noch immer so geil funktioniert also so seit wann er damit die ersten die im umfeld von fugazi im tatsächlichen umfeld von fugazi hardcore und postbank fusioniert haben und dann zu einer musik die ja tatsächlich tanzprobe rhythmisch war gefunden haben und das ist witzig wo die jetzt 30 jahre später mit dem sein und wie gut es funktioniert auch ein highlight dieser kleinen revue musik ist etwas wunderbares wenn sie etwas angesprochen haben suchen sie musik darauf es gibt viele links dazu ich selber spiele am 16 9 für die wiener und wienerinnen in chelsea woanders spiele offensichtlich niemand da gibt es einen abend zu johnny cash darüber aber dann bald mehr bleiben sie gesund bremsen sie nicht für corona idioten und alles liebe